Die Bahn modernisiert ihr Streckennetz, beseitigt die überlieferten chronischen Engpässe. Sie will, ja sie muss, auch in den 90er Jahren und darüber hinaus attraktiv und konkurrenzfähig bleiben. Im Personen- wie im Güterverkehr. Ein leistungsfähiges Schienennetz ist daher unverzichtbar. Grundlage der umfangreichen Aktivitäten ist der Bundesverkehrswegeplan. Dort ist der Ausbau und Neubau von 17 Strecken vorgesehen. Gesamtlänge rund 2700 Kilometer. Sechs Strecken werden derzeit ausgebaut. Zusätzliche Gleise werden verlegt, Kurven erweitert, moderne Signalanlagen installiert. Maßnahmen dieser Art sind oft ausreichend, um Kapazitätsengpässe abzubauen und höhere Reise- und Transportgeschwindigkeiten zu erzielen. Ein mehrgleisiger Ausbau mit gleichzeitiger Verbesserung der Linienführung ist allerdings nur dann sinnvoll, wenn es sich um eine relativ gut trassierte Strecke mit nur vereinzelten Engpässen handelt. Solche günstigen Bedingungen sind aber nur im Flachland anzutreffen. Drastische Eingriffe in die Landschaft hätte dagegen der Ausbau von überlasteten Mittelgebirgsstrecken zur Folge. Das betriebliche Ergebnis wäre trotzdem unbefriedigend. Die vielen engen Kurven würden bleiben. Die Neubaustrecken der Bahn auf der Grundlage des Bundesverkehrswegeplans. Zwei sind im Bau. Mannheim-Stuttgart 99 Kilometer und Hannover-Würzburg 327 Kilometer. Beide Strecken werden schon 1991 voll befahrbar sein. Zwei Jahre früher als vorgesehen. Hier sollen Reisezüge mit 250 Kilometern in der Stunde fahren. Die Güterzüge mit 120. Diese Geschwindigkeiten sind erforderlich, um die Zukunft der Schiene als attraktiver und wirtschaftlicher Verkehrsträger zu sichern. Entsprechend groß müssen die Kurven radien, entsprechend gering die Steigungen ausfallen. Rationelle Bauweise, Optimierung jeder einzelnen Bauphase sind oberstes Gebot der Streckenplaner. Ebenso wichtig ist die Harmonie von Zweckmäßigkeit und ästhetischer Wirkung der Bauwerke. Ein eindrucksvolles Ergebnis dieser Bemühungen ist die Maintalbrücke bei Gemünden. 135 Meter weit überspannt sie den Fluss. Freitragend. Damit ist sie die längste und wohl auch die eleganteste Spannbeton-Eisenbahnbrücke der Welt. Ein ähnlich imposantes Bauwerk ist die fast ein Kilometer lange Rombachtalbrücke nördlich von Fulda. Sie ruht auf schmalen Pfeilern von 15 bis 91 Metern Höhe. Aufgrund der leicht und grazil wirkenden Konstruktion wird der Blick durch das schöne Rombachtal erhalten bleiben. Musik 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 Vielen Dank.